Und immer links, links oder rechts, rechts. Jetzt können wir nichts machen. Wir bewegen uns, bewegen uns, bewegen uns, bewegen uns, bist du dran. Die Hand muss hochkommen, jetzt muss ich strecken aus der Position. So ein kurzer Handbruch, wo du Körbebewegung. Reinschnacken und wieder rausklappen. Seht ihr das? Das Bein wie eine Peitsche. Ich ziehe hoch, ja genau, Knie hoch, das schützt mich, nicht einen Kilometer hingehen. Ich komme ja auch dran, dass aber ich den Handgriff nicht abwege. Es ist ja so, dass wenn ich nach vorne komme, er vielleicht auf die Idee kommt zu schlagen. Du darfst mit der Hand gleich die Jacke auf den Bauch schlagen. Bringt mir nichts. Noch mal. Bringt mir nichts. Kommt der gar nicht auf die Idee. Ich komme drüber. Das heißt also, wenn die Hand da ist, kommt das Knie hoch und Patsch! Genau. Knie hoch, raus. Okay, also Jordan, bitte auf die Hand. Und zwar mit dem Hinterbein schmeiße ich vor. BAM! Und gehe auf keinen Fall in so eine andere Linie. Ganz wichtig. So, und dann das Beste. Das heißt, wir können mit den neuen Füßen ein bisschen außen gehen. Nicht hängig stehen. Außen stehen. Außen stehen. Ja, und so ist es wirklich hinter. Also, ich kann einen Jordan machen und jetzt immer über das Vorderbein durchgehen. Immer beide Beine und der Beine ist immer reaktiv. Und wurgel gerade. Kein Laufen. Das sieht dann immer so aus. Ja, also beide Beine beschreuen nicht. Energie aufgenommen. Energie abgegeben. Ausgenommen. Abgegeben. Ins die andere Seite. Ausgenommen. Abgegeben. Ausgenommen. Ja. Okay, eine Minute zügig. Dann wechseln wir. Achtung! Achtung! Aha, Druck. Seht ihr? Das klingelt gleich. Jetzt sehe ich, ah, Lücke. Das klingt. Ja? Mach ihn zu. Lücke. Aber ganz schön. Wechseln wir noch zurück. Warte gerade. Druck. Ah, Lücke. Bamm. Raus! Erster Punkt. Zwei Stück. Überraschend. Ja. Okay. Und das ist das, was jetzt bei dem Reaktiv auf die Füße. Das ist das, was bei den Reaktiv auf den Füßen. der Glocke auf den Streifen. Und los! Bamm. Bamm! Das sind deine Wäste. Bamm! 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 Drei Stück. Drei Stück. Oh! Erst hör! Drei Stück. Drei Stück. Halt! Drei Stück. Einmal stehen da da. Pushen und wieder raus. Okay, jetzt rufen wir wieder. Pushen und wieder raus. Pushen und wieder raus. Noch mal hoch. Luft holen. So, bisschen faul. Der war fest. Der war fest schon. Naja, das ist richtig. Aber das ist immer wieder im Wesentlichen. Nicht ziehen. Wenn der andere Punkt hinten ist, wie das wird. Oder ich ziehe ihn rein. Nein, das hier wird das Bein brausensvorderweilig. In dem Moment. So, noch den Puls. In dem Moment, wo ich starte, brausensvorderweilig. Das hängt nur auf dem anderen. Wegweils lang. Wegweils weg, weg, weg. Und ran. Augen ziehen vorbei. Okay. Und in der Position ist es ungefähr so, dass er... Arme. Ich bin ungefähr auf der Linie. Ich bin auf der Linie. Genau, auf der Linie. Und hier geht es hin. Überkleben. Anlauf nehmen. Raus. Anlauf nehmen. Raus. Aus. Auf. Und die Atmen. Weg. 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 Atmen heißt das im Körper. Halt. Ich gehe runter. Arme. Halt. Auf. Runter. Halt. Raus. Auf. Auf. Ich möchte, dass Sie mal... Die Leerinnen. Wir sehen auf. Geben. Die Seite weg. Weit weg. Ja, weiter ab. Und... Los. Eine Minute. Gerade bleiben. Von hier an. Runter. Fast. Schau mal. So stehe ich. Halt. Halt. Zeh nach vorne. Runter. Und ist groß. Genau. Gar nicht so viel. Gar nicht. Weil... Also gar nicht so viel. Bewusst. Bewusst. Und dann einfach. Das Vorderbein. Und dann die andere. Wenn ich da konnte. Gehen. Gehen. Keine vorne gehen. Gehen. Keine vorne gehen. Keine vorne gehen. G Aunque morgens nicht in Mer botten HER. Keine 나가些. Keine unten fare sie. Keine vorne. Keine vorneuela. Keine vorne. Te모 Ehr. Ob wirklich. Holla Dann. Amor! Häusen von den Körner, Rütteln schützen und Hächseln! Und das ist halt, dass man halt eine Handlungssicherheit gebe, dem Sport erstmal Handlungssicherheit gebe, auf der er arbeiten kann, üben kann. Und die ist ganz streng festgelegt. Die ist zwar vielfältig, aber die ist festgelegt. Da gibt es kein Ausweis. Man versucht halt immer, wenn ich in den Spiegel stehe, immer die Außenlinie bewegen. Dann will ich immer die Außenlinie bewegen. Und jetzt habe ich Vorteil. Hier ist schwach. Arme hoch und noch schwächiger. Kickt er mir ins Kreuz. Jetzt springt er rum. Ja, jetzt springt er rum. Jetzt springt er rum. Die Vorderweine gibt keinen Wert. Patsch! Möchtest du noch einmal, dass wenn er hingeht? Wenn er pusht, dann wirklich das Ding rausfloppt. Nicht, ich pushe mal. Nicht das! Dann sind wir den ganzen Teil. Dann sind wir die Hände, die pushe. Bleibt ein Stück ausrichten gemacht. Das möchte ich auch machen. Viele rennen hinterher. Falsches Verwachen. Vielleicht will ich es nicht hier auch. So, falls ich pushe, dann bleibt der Kurs stehen. Und der bleibt immer noch kurs stehen. Dann muss ich mit Feuer zu. Ich rein und nach. Jetzt habe ich den geknackt. Deine Klee gefunden. Und das müsst ihr im Training erleben. Ein Schlag kommt. Nachgesetztes Schlag. Distanz stimmt wieder. Ja. Zeichen. Deswegen. Rein. Weg. Das Ganze noch einmal. Aus. Neuer Partner. Komm. So. Komm. 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 Das ist ein Nrösel. Wenn es gut geht, dann höre schwerer. Genau. Ja. Super. Wenn es gut geht, dann höher. Börse! Nicht nur da auf. Trennen! Und ja! Der Nächste! Die Böder Lятin. Von Ja summen Rahmen sodass. Vielen Dank.